Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GDL 5. Äh, hä? Ne, Moment mal. Warum ist da gerade der WWE-Bildschirm? Ist das jetzt ein Spaß, oder? Ne, scheiße, Leute. Ich weiß, ihr könnt's nicht glauben, aber ich auch nicht. Es geht weiter! Ungefähr ein halbes Jahr später. Ähm, ja, es geht weiter. Der Pay-Per-View-Game-Over ist irgendwie noch nicht vorbei. Und ich habe mir gedacht, ja, ganz ehrlich, in einem Monat kommt hier WWE 2K14 und dieses Projekt muss ja wenigstens ein Ende haben. Und nachdem ich von Olli seit Monaten keinen Mucks gehört habe oder gelesen habe, dachte ich mir, okay, scheiß drauf, dieses Projekt muss beendet werden. Und nachdem ich alleine da keinen Bock drauf habe, weil es auch für euch bestimmt ziemlich langweilig sein wird, habe ich mir Ersatz gesucht. Und deswegen begrüße ich zum Co-Main-Event von Game Over den Tim! Na, abends. Danke. Erstmal. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Ich hatte dir das ja schon angeboten vor ein paar Monaten und bist ja jetzt dann darauf zurückgekommen. Richtig. Ja, weil der Tim hat sich nämlich gedacht, ja, ich kann das genauso gut, auch langjähriger Wrestling-Fan und sehr guter Kumpel von mir. Und nachdem ja, ja, wenn ich der Olli sich zu 2K14, was er bestimmt nicht tun wird, auch nicht melden wird, brauche ich natürlich irgendeinen Ersatz. Und ja, der Tim hat das da vorgeschlagen. Und da dachte ich mir, gut, dann mache ich jetzt mit ihm noch diesen Pay-Per-View fertig. Dann lernt ihr ihn auch kennen. Könnt dann sagen, oh, Tim, geil ist da. Oder Tim? Ähm, ne? Und dann schauen wir mal, wie wir das bei 2K14 machen. Wir haben hier den Co-Main-Event. Es ist das ECW Elimination Tornado Tag Team Table Match. Das klingt doch eigentlich ziemlich krass. Die Kings of Wrestling gegen die Dudley Boys. Was ist da so dein erster Gedanke, wenn du das hörst, Tim? Also mein erster Gedanke ist auf jeden Fall, dass bei einem Tables Match die Dudleys auf jeden Fall im Vorteil sein werden. Und, äh, aber tippen würde ich trotzdem auf die Kings of Wrestling. Also tippen würdest du, ja? Tippen! So, so, du denkst also tatsächlich, es gibt hier eine Titelverteidigung? Das denke ich, ja. Oh, das war natürlich eine gewagte Aussage. Ich meine, wir haben ja schon viel erlebt im letzten Part. Ich weiß, lange her. Aber hat Samoa Joe ja gegen Brian Danielson gekämpft und hat den Titel tatsächlich verloren. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht an einen Titelwechsel hier heute. Gut, da müssen wir aber spätestens im Main Event auf was anderes tippen. Das werden wir aber bestimmt tun, denn der Main Event, meine lieben Freunde, ihr wisst ja bis heute noch nicht, was eigentlich in diesem Main Event überhaupt kommen wird. Und wir verraten es auch nach wie vor nicht, denn der Main Event wird einfach vielleicht einer der größten Matches der Geschichte sein, die wir jemals auch hier auf diesem Kanal hatten. Aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt sind wir hier mitten im Match. Dudley Boys, die Herausforderer Nummer 1 und der Baba hat direkt Bock auf den Tisch. Ich glaube auch. Aber nein, Claudio schnappt ihn sich. Und setzt ihn nicht ein. Baba kontert. Ja, sieht man sofort die Erfahrung. Da kann man nichts machen und bam, kriegt Claudio ihn auch schon voll ins Gesicht. Und Hero dominiert im Ring auch Devon gerade. Das ist richtig. Also man sieht, die Teams haben sich gebildet. Hero mit Devon und Claudio mit Baba. Jetzt geht es aber auch zurück in den Ring schon wieder. Ja, anscheinend scheint Baba hier kurz einen Prozess machen zu wollen mit Claudio. Aber auch Claudio hat schon einen Tisch. Oh, das wird natürlich jetzt interessant, wenn wir gleich so viele Tische im Ring haben. Aber sind sie noch nicht sicher, wo sie sich stellen wollen? Komm, beide in die Ecken. Das wäre richtig nice. Ja. Schöner DDT da von Devon im Hintergrund. Oh, und wie, da kriegt Claudio den Tisch in die Magengrube. Und jetzt haben beide Dudleys. Nein, Hero holten sich. Und dafür kriegt... Oh, der ist geflogen, ey. Böser Schlag von Hero. So, und jetzt werden beide Tische aufgestellt. Jetzt lasst sie auch mal stehen, dann wird das hier nämlich interessant. Es ist die Frage, wann Hero und Claudio das erste Mal zusammenarbeiten. Aber bis jetzt sieht es noch eher danach aus, als würden die beiden bei Devon, also aufgeteilt bleiben. Richtig. Bei Tables Matches ist es halt echt immer so, man kann absolut nicht sagen, wie lange das gehen wird. Weil so ein Tisch ist halt mal schnell gebrochen. Hier natürlich beim Elimination dauert es natürlich ein bisschen länger. Weil beide Teammitglieder durch den Tisch müssen. Jetzt ist Baba dran. Das könnte schon eng werden für Claudio. Hero scheint sich... Scheint auch nicht dazwischen gehen zu wollen. Alter, was macht denn Baba? Der wollte jetzt doch nicht... Au, schau dir das mal an. Der wollte aufgeregt. Oh, wenn er jetzt... Oh, jetzt ein Crossbody. Aber er ist... Einer... Einer raus? Oder auf jeden Fall... Nein, hat sich Baba gerade selbst eliminiert. Ich weiß es nicht. Sie haben einfach mal durch den Tisch gesprungen. Wie ein Wahnsinniger. Aber... Nein, scheinen noch alle drin zu sein. Alter, ich dachte jetzt gerade echt... Der ist durch den Tisch. Und dann war es das. Aber es ist ja regelkonform. Wäre es ja gar nicht gegangen. Denn wenn man sich selbst durch den Tisch schaut, ohne fremde Einwirkung, dann zählt es nicht. Und genauso wie hier. Genauso wie hier. Hero kontert in letzter Sekunde D-Von aus. Und er speert erstmal sich selbst durch den Tisch. Genau, aber halt sich selbst. Und nicht durch Hero. Deswegen ist auch D-Von nicht eliminiert. Aber interessant zu sehen, dass beide Dudleys innerhalb von 30 Sekunden durch den Tisch bringen. Genau. Und Claudio und Hero bis jetzt gut ausweichen konnten. Ja, das ist richtig. Na klar, muss er auch. Ich meine, so eben den Titel verlieren möchtest du ja auch nicht. Ach stimmt. Hero stellt den Tisch jetzt wohl wieder in der Ringecke auf. Und der dritte Tisch kommt ins Spiel. Wobei man ja sagen muss, zwei sind ja schon kaputt. Oh, der ist erstmal geflogen. Und draußen. Man muss auch aufpassen am Kommentatorentisch, der ja auch als Tisch zählt, falls einer da durchgeworfen wird. Und was muss... Ah, Baba holt sich jetzt auch noch einen Stuhl. Also es heißt ja nicht nur... Und dann der Wegboot. ...no DQ in dem Tables Match. Alles erlaubt. Ja. Sieht aber... Bis jetzt sehen aber noch alle ziemlich frisch auf. Selbst Baba, der gerade durch den Tisch geflogen ist. Gegen den Ringpfosten. Das tut natürlich... Oh! Oh! Feiswarsch. Übel. Und jetzt Back-Suplex. Ja, Claudio vom zweiten Seil. Das war gut. Aber Baba steht sofort wieder. So, jetzt sind die Kings of Wrestling aber erstmal oben auf. Während ich... Aber die Sache zwischen Claudio und Baba Ray scheint ausgeglichen zu sein, während Hero... Die waren ziemlich dominiert bis jetzt. Ja. Aber ich finde es interessant, dass ich wirklich... Oh, schöner Spine, warst du von Claudio. Dass die Teams immer noch gleich geblieben sind. Also da gab es noch keinen Wechsel. Ja, das hat sich nichts geändert. Aber Baba scheint gute Nehmerqualitäten zu haben. Steht bis jetzt immer wieder direkt auf nach den Moves. Ja. Von Claudio. Schöner Powerslam jetzt von Baba. Vorsicht, Divo. Nicht, dass du hier vom Ring steigst und gleich wieder durchfliegst. Oh, jetzt Tisch gegen Tisch. Oh, beim Reintragen. Kriegt er einen scheiß Tisch in die Fresse. Jetzt könnten beide mal zusammenarbeiten, aber Divo... Na, es wartet wieder auf Hero. Na, hier ist auch viel zu schnell wieder da. Oh, was eine Close-Line von Hero. Ja, wer fliegt hier zuerst durch den Tisch? Der hat natürlich einen riesen Vorteil, weil dann muss der Einzelne... ...hat er dann quasi ein Handicap-Match und dann wird es richtig schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Oh, Vorsicht, Claudio. Mal eben so ein schöner Elbow in den Nacken, dann fliegst du auch mal durch den Tisch. Das hättest eng werden können. In der Tat. Und jetzt zieht Divo auf den Tisch. Äh, Divo, ja, richtig. Nein, doch nicht. Aber kann Hero gerade noch abwehren. Kommt Divo jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr rein ins Match? Oh, schöner Neckbreaker und der hat es genau Hero gefährlich auf dem Tisch. Oh, nein! Und da wird Claudio nicht mehr eingreifen können. Elbow. Oh! Oh, und wieder weicht Hero aus. Alter, das gibt's ja nicht. Das zweite Mal, dass sich hier Divo durch den Tisch ballert. Der liebt die Tische ein bisschen zu viel. Ich glaub auch. Was hat er jetzt vor? Was macht Divo? Die unterhalten sich, glaub ich, kurz. Oh, das sieht böse... Ah, nee, Hugo kann wieder kontern. Und schöne Flying Clothesline hinterher. Jetzt noch gegen die Absperrung. Und ich dachte schon, der kommt ein gefährlicher General Suplex auf die Ringtreppe oder so. Oh, Gott sei Dank nicht. Headbutt noch hinterher. Jetzt sind beide Dudleys immer an der Ringabsperrung. Dominiert von den Kings of Wrestling. Dann könnten wir mit unseren Tipps ja recht haben. Ja, bisher sieht's ganz gut aus. Oh, und dann der böse Big Boot von Claudio. Weiterhin die Headbutts von Hero. Aber da war, glaub ich, ein Lowblow gerade. Ja. Uh, Lowblow von Divo. Und jetzt geht Claudio auch noch vor den Ringpfosten. Oh, und knallt voll dagegen. Ist das jetzt vielleicht die Chance für Baba? Aber auch Divo und, weil auch Hero und Divo kommen anscheinend wieder in den Ring. Oh! Was ist denn da gerade passiert? Irgendein Slingshot, glaub ich. Der Dropkick von Hero gegen den Kopf von Divo. Oh, und Baba ist mit dem Slingshot übelst auf den Hallenboden gepfeffert. Jetzt stehen wieder zwei Tische im Ring. Hero holt einen dritten dazu. Aber jetzt können, jetzt sieht's schon so ein bisschen finalemäßig aus. Was macht Baba? Okay. Oh! Das hätte auch eng werden können. Spinning Back, Elbow von Divo. Und jetzt zieht Hero ihn zum Tisch. Legt er ihn drauf, ja. Wird auch Hero springen oder haut dann so durch den Tisch? Was wird er machen? Ah! Divo hat ausgekontert von Divo in der Situation. Und DDT. Oh! Oh, da ist die Klappe reingegangen. Das Tischbein. Das Tischbein, genau. Jetzt muss Divo aufpassen. Das ist jetzt richtig gefährlich. Aber okay. Aber Claudio rett die Situation. Aber jetzt kann... Ob Divo jetzt... Ah, Divo ist zu langsam. Divo ist zu langsam. Das sind so viele Tische, jetzt wird's echt ungemütlich. Oh! Oh! Der Schlag mit dem Tisch von Hero. Das sah nicht ungefährlich aus. Ja, was ist denn jetzt Hero? Irgendwo muss den Tisch mal lassen. Ich hab' bis jetzt noch gar keine wirklichen Moves gesehen. Ja, okay. Versuchen sie beide zum Tisch zu ziehen. Aber bis jetzt, äh, sich ziemlich auf Brawls und, äh, durch, äh, versuchen durch die Tische zu schmeißen, beschränkt. Die beiden Teams. Ja, das ist richtig. Also, äh, technisch ist das hier nicht visiert. Aber das hab' ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet. Und jetzt hat Divo, das ist doch die Riesenchance. Der will aber, hab ich das Gefühl, immer springen, ja? Ja, will er auch. Und das dauert immer zu langsam. Solange Hero noch so frisch ist, dauert das zu lange. Und wenn Hero jetzt... Oh, Moment, das kann mit Crossbody trotzdem gefährlich werden. Nee, aber diesmal springt er nicht. Er macht nicht den Fehler wie Baba jetzt eben. Was ist das jetzt? Oh, Powerbomb! Oh, wenn er sich... Oh, wenn er sich jetzt noch gedreht hätte, dann wäre das das Aus für Hero gewesen. Oh, ja. Oh, oh, was wird das? Was wird das? Oh, Konter von Hero! Oh! Nee, ist nicht gebrochen! Er ist nicht gebrochen. Und Claudio zeigt... Oh, TKO! Alter, ich dachte jetzt echt, der haut ihn mit irgend so'n, so'n... Ja, keine Ahnung. Suplex oder so dadurch. Ja, genau. Aber das war ja übelst knapp. Und dann bricht wieder nur das Tischbein. Aber nicht der Tisch. Oh, und Santum hier von Hero gegen Divan. Und jetzt scheint Divan auch mittlerweile Platz zu sein. Ja, so langsam spürt man es ihnen schon an, dass sie länger im Match unterwegs sind. Ach, und Hero möchte jetzt auch noch die Ringtreppe mit ins Spiel bringen. Hat der langsam jetzt die Schnauze voll? Wahrscheinlich davon, dass Divan immer ausweicht. Nein, jetzt legt er die Ringtreppe wieder ab. Gut gesehen, dass es vielleicht keine gute Idee ist. Oder möchte er vielleicht mal Claudio im Ring beschützen, weil der gerade ein bisschen in Bedrängnis kam? Aber jetzt hat Claudio wieder die Oberhand gegenüber Barbaray. Die beiden versuchen, die Leute immer auf die Tische zu legen. Scheint aber nicht so ganz zu gelingen. Jetzt hat vielleicht Claudio gegen Barbar... Barbar wieder die Chance, aber wenn Barbaray wieder versucht, aufs Turnbake zu kettern, wird das zu lange dauern. Die Bubblings konzentrieren sich zu sehr auf die Ringecke. Aber jetzt wird vielleicht, warte mal, das wird gefährlich. Nein. Nein, Barbar geht wieder runter und jetzt legt Divan auf dem Tisch. Und wo will Hero hin? Hero erstmal in die Seile. Das war die Seile zweimal... Oh, aber der ist schnell oben! Moonshot! Alter, und Divan weicht aus. Alter, wirklich? Und der hält man sich daher. Oh, mit so einem Moonshot möchtest du aber auch nicht face first durch den Tisch knallen. Nein, aber in bester Köln-Engle-Manier. Ja. Inter die Luft gesprungen, Chris Hero. Alter, vor allem wie schnell der da oben war, dachte ich schon, ja, das ist es jetzt. Er musste sich aber auch beeilen, nachdem man sich ewig Zeit gelassen hat. Alter, das war gefährlich. Hero schnell den Tisch auf, dann wäre er fast Klaude durchgeflogen. Hey, eine Tafel? Alter. Claudio ist benommen, wird hochgenommen. Oh, das ist nur ein Piledriver! Und Divan hat den dritten Tisch, nachdem gerade wieder einer zu Bruch gegangen ist. Das dürfte jetzt schon der vierte Tisch gewesen sein. Also es ist auf jeden Fall was los, da kann man sich nicht beschweren. Definitiv nicht. Oh, jetzt außen, das könnte auch gefährlich sein, wenn da einer mal so drüber fliegt. Naja, entscheidet sich Divan doch dagegen. So, und Baba hat jetzt richtig viel Zeit. Claudio scheint nämlich auch langsam K.O. zu gehen. Wie lange sind wir schon im Match? Wir sind jetzt ungefähr zehn Minuten im Match, sag ich mal. Dann wäre das natürlich jetzt auch so die Zeit, wo das die erste Spur ist, das Atomic Drop von Hero. Und Claudio ist im Ring im Bedrängnis, Baba dominiert gerade. Aber wird jetzt wieder Richtung Tisch gezerrt. Und wenn der jetzt einfach mal mit auf den Tisch steigt. Nee, aber jetzt liegt er länger, jetzt liegt er länger. Hero muss ihn aufhalten, Hero muss ihn aufhalten! Hero liegt inzwischen und wieder weicht Claudio aus. Das gibt's ja nicht. Mit einer Cent springt er da hoch und knallt auch wieder durch den Tisch. Die haben ja eine Tischphobie. Kann man aber nicht meckern. Klasse, auch von Claudio hier gemacht hat, dass er sich nochmal rechtzeitig weggedreht hat. Obwohl das Match schon so lange geht und Claudio ziemlich angeschaut hat. Oh, und jetzt geht Claudio wieder nicht. Das ist doch unglaublich. Jetzt geht Claudio durch den Tisch und ein Low Blow. Das könnte das Momentum wieder auf die Seite von Claudio bringen. Also jetzt ist auch schon jeder mindestens einmal durch den Tisch. Ja. Aber nie durch gegnerische Einwirkungen. Ja. Scheiße, Self-Bumps. Ohne Ende. Schöner Elbow jetzt hier von Claudio. Aber die Teams sind auch seit 10 Minuten geblieben. Ja, das ist echt faszinierend, gell? Die beiden haben nicht einmal getauscht oder so. Und auch kaum Double-Team-Action bisher. Aber sobald einer eliminiert ist, wird es wahrscheinlich mehr davon geben. Richtig, ja. Und ich denke, derjenige, der das Team, bei dem jemand eliminiert ist, wird es sehr schwer haben, das zu drehen. Ja, das wird dann wirklich richtig schwer. So, was macht der Claudio da hinten? Ich dachte schon, da zieht sich jetzt die Hose aus. Er mutet sich kurz aus, nachdem er jetzt, natürlich, zwei Tische fast gegangen ist. Ja, kann man ihn jetzt nicht mal verübeln. Baba jetzt wieder. Das ist eine gute Situation, aber auch, auch Hero, auch Hero. Auch Hero. Und jetzt vielleicht doppelt. Doppelt. Das gibt's nicht. Das war es wieder nicht für Claudio. Und für Hero. Auch nicht. War es das auch nicht. Alter. Und durch die Tische. Aber die Kings of Wrestling können wieder ausweichen. Und jetzt. Was ist das? Es ist unglaublich, gell? Und Knee Drop. Es ist wirklich unglaublich. Das war jetzt, glaube ich, Tische Nummer 6 und 7. Ja, mindestens. Und innerhalb von 10 Sekunden einfach beide Dudleys wieder durch. Whipping jetzt hier von Baba Ray. Ja, aber was wollen sie denn noch zeigen? Also, da würde ich mich jetzt als... Der Tisch liegt sehr unbegemütlich in der Mitte des Ringes. Ja, das stimmt. Da möchtest du nicht drauf liegen. Oh, ein schöner Tirtable Backbreaker von Baba. Und draußen muss Hero auch von D-Von einiges einstecken. Immer wieder die Tische in den Rücken. Aber schöner Schlag von Hero. So, jetzt entschärft Claudio mal die Gefahr im Ring. Oh, mein Gott. Und D-Von wird wieder reingeschoben, nachdem er vor den Ringposten gegangen ist. Aber Baba Ray kann wieder kontern und gewinnt wieder die Oberanutzite. Also, die Dates sind aber jetzt irgendwie schon oben auf, gell? Wenn immer einmal einer sitzt, dann wird das schwer. Wieder liegt Claudio auf den Tisch und wird Baba wieder auf die Ringecke klettern. Oh, Backbuddy droppt draußen von D-Von. Nein. Oh, jetzt muss er einfach nur noch schnappen und durchwerfen, da Claudio. Aber... Aber... Ja, sag einmal. Okay, Gott sei Dank geht er nochmal runter. Wahnsinn. Ja, der Claudio ist langsam, habe ich das Gefühl, der hat nichts mehr zu melden gegen Baba. Nein, Claudio ist mittlerweile nur noch in der Defensive. Ja. Und, äh... Und wieder... Ich glaube, das war es. Schnell. Das könnte es gewesen sein für Claudio. Dreimal ist er ausgewichen. Wieder ausgewichen! Das gibt es einfach nicht. Was müssen die Dudleys denn hier noch zeigen? Zuplex von D-Von. Und er tritt gegen den Kopf. Das gibt es nicht. Aber die Dudley Boys haben ganz klar die Oberhand. Ja, da merkt man doch die Tables-Erfahrung, aber... Das Ausweichverhalten der Kings of Wrestling ist grandios. Was jetzt mit D-Von? Wieder ein Moonsault! Wieder ein Moonsault und... Wieder weicht D-Von aus! Alter, wie viele Tische hier kaputt geht. Oh, Slingshot von Claudio gegen Baba Ray, der böse nach außen knallt. Genau. Also, ich glaube... Das wäre jetzt, wenn der erste Tisch gestanden hätte, dann wäre Baba einfach raus gewesen. Ja. Und er tritt vor den Kopf wieder. Wahnsinn, ey. Also spannend ist es, da kann man nicht meckern. Definitiv nicht. Wieder Hero legt wieder D-Von auf den Tisch. Die sind aber auch alle sehr Turnbuckle fixiert. Ja. Oh ja. Schöner Powerslam jetzt hier. Wieder nehmen wir unsault. Und es sah aus dem Kamerawinkel ein bisschen aus, als... Oh, da war Baba Cutter oder so. Der Baba Cutter von Baba Ray. Oh, da muss auch gleich raus, der Claudio. Ey, jetzt ist es, glaube ich, vorbei. Also mit Claudio... Wieder mit dem Stuhl hinterher. Und... Oh, ich dachte schon, das hätte gefährlich werden können. Sehr gefährlich. Hero Contat. Und... Ähm... Aber momentan sind keine Tische mehr im Ring. Die sind mittlerweile... Die sind alle kaputt. Die können gar nicht so viel produzieren. Was die hier an Geld verprassen, weil die sich selber durch die Tische hauen. Hero wird jetzt aufs oberste Ringseil gesetzt. Sieht nach einem Superplex aus. Oh ja, das wird er. Oh, vom obersten Ringseil. Au. Oh ja, da sieht man... Aber außen hat Claudio wieder die Oberhand über Baba Ray gewonnen. Oh mein Gott, was ist das? Ist das der Speer? Das ist der Speer durch die Absperrung. Ja, gibt's denn das? Da verbret... Claudio mal eben zwei Finisher. Ich fass es nicht. Claudio speert Baba Ray Dudley durch die Absperrung. Also das Match hat ja mittlerweile alles. Und das dreht natürlich die Faro und Claudio und Baba Ray komplett. Richtig. Nachdem Baba Ray jetzt gerade fünf Minuten lang die Oberhals hatte. Wird das jetzt auf einmal... Sieht das richtig schlecht für Baba aus. Nach dem Speer. Und jetzt hat man... Also wenn die jetzt noch ausweichen können, dann sind sie unmenschlich. Und jetzt wird alle jetzt am besten außen platziert. Dann noch eine Leiter rein und alle durch 18 Tische. Baba Ray scheint auch jetzt wieder drei Tische im Ring gleich. Baba Ray den Weg zu bringen. Tischer ist einfach in sich zusammengefallen. Claudio stellt den Tisch in der Ringmitte auf... Ja, in der Ringecke auf. Und Claudio kommt jetzt wieder raus. So wirklich beenden wollen die beiden Teams jetzt aber auch noch nicht. Nee, also jetzt ist echt gerade so ein bisschen... Also Hero scheint mir noch am fittesten. Aber bisher ist echt so... Ich zerstöre euch komplett. Oh ja. Scheiß auf den Titel. Hier muss... Hier ist Zerstörung. Hier ist ECW-Title. Oh, jetzt aber. Das sieht nicht gut aus für D-One. Nee. Wird nix für Hero. Mal befreien, bevor Hero ihn zum Tisch ziehen kann. Oh, geil. Da hat Claudio gerade Hero gerettet, indem er... D-One den Tisch an die... Jetzt. Double-Accept-Glow und die Close-Line von Hero. Ja, indem er ihm den Tisch hinten in die Ferse geschuldet hat. Oh, clever. So, jetzt Claudio gegen... D-One. D-One. Und Hero kickt Baba. Das erste Mal, dass die Teams wechseln. Genau. Und das wäre natürlich der Clou. Yes, Todd. Sweep. Yes. Ah, Scheiße. D-One kann in letzter Sekunde ausweichen. Alter, was für ein Dive. Da will er quasi ein Spear machen. Und jetzt kommt die Powerbomb. Ah, auf den Tisch. Auf den am Boden liegenden Tisch. Toll. Toll, D-One. Aber das geht ja natürlich nicht kaputt. Aber so geht es ja natürlich nicht kaputt. Na. Backbreaker jetzt hier von Baba. Und er nimmt sich den Stuhl. Und schlägt auf Hero ein. Ja, das funktioniert auch. Oh, das sieht mittlerweile auch richtig schlecht aus für Hero. Ja, jetzt sieht es auch richtig schlecht aus. Jetzt wechseln endlich mal die Teams nach. Boah, guten 17 Minuten im Match. Also, man kann sie nicht beschweren. Ein würdiger Co-Main-Event. Bis hierhin auf jeden Fall. Aber wer wird hier siegen? Na, Hero ist immer noch fit. Das ist ja Wahnsinn. Hero ist immer noch fit? Na, hat D-One irgendwie nie genug Schaden gemacht. Vielleicht kann das ja Baba. Wenn Baba das mit Claudio schafft, dann auch bestimmt mit Hero. Stimmt. Und jetzt schöner Jawbreaker hier. Äh, Chinbreaker. Ja. Oh, und dann der Spinning Back Elbow. Genau, der war nice. Nochmal hier, der Big Boot an den Hinterkopf von Claudio. Und Baba will jetzt Schluss machen mit Hero. Oh mein Gott, jetzt haut der Hero durch. Er hatte mit Hero das ganze Match nichts am Hut. Ist er dafür verantwortlich? Er kommt nicht am Tisch vorbei, muss außen rum. Oh, auch hier war es wieder sauknapp. Aber Hero kommt nicht richtig zu passen. Komm, Hero, du musst ihn doch nur greifen. Greifen. Oh, oh, oh. Draußen belly to belly gegen D-One. Oh. Er fackert durch den Tisch von Hero. Und Baba ist eliminiert. Und jetzt sieht es düster aus für D-One. Alter, was für ein Frankensteiner. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Aber auch draußen der belly to belly im selben Moment gegen D-One. Ja, Wahnsinn. Auch das sieht ganz bitter aus für die Dudleys. Geniale Sequenz gerade. Ja, absolut. Kann man nicht meckern. Ganz große Klasse. Vor allem, weißt du so, rechnest mit einem normalen Move oder mit einem der 100 Dives und auf einmal willst du einen Frankensteiner. Baba scheint noch Probleme haben, den Weg rauszufinden. Der ist völlig draußen auf dem Frankensteiner. Böse auf den Nacken aufgeklatscht. Oh Mann, was kann D-One jetzt noch machen? Alter, mit richtigem Schwung. Man hat die Zeit im Hintertreffen und jetzt gegen die beiden Kings of Wrestling. Das ist natürlich bitter. Richtig bitter. Oh, jetzt noch der Schlag mit der Ringtreppe. Oh, ich sehe schlechte Zeiten für D-One. Er hat alle Tische aufgestellt und dann wird D-One sich wahrscheinlich sogar freiwillig nochmal durchwerfen, aber mit Berührung von Hero oder Claudio. Ich meine, selbst wenn es D-One schaffen würde, einen auf den Tisch zu legen von den beiden, müsste er es immer noch schaffen, auf Sternbuckle zu klettern, ohne noch vom anderen runtergeworfen zu werden, oder attackiert zu werden in der Zeit. Ja, das wird richtig schwierig. Schau mal, der weiß auch schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Dann nochmal schöne Close-Line. Gegen Hero. Aber ich glaube, der D-One ist mittlerweile auch nur noch auf Defense und möchte eigentlich weg. War vielleicht so ähnlich wie Hero, gerade bei Baba, mit einem Konter, wenn einer von den beiden hochklettert und er greift sich ihn schnell. Das kann natürlich sein, wenn er angeblich durchgeworfen wird und dann wird er gekontert. Das könnte sein. Das sehe ich, ist die einzige Chance für D-One sich hier noch zu retten. Das ist richtig, ja. Oder wenn hier am Ende noch der gute Claudio gegen Hero turnt. Das bezweifle ich jetzt aber mal. War es am Anfang des Displays nicht so, dass die beiden geturnt waren? Ja, aber nur bei RH, bei ECW halten sie ja noch zusammen. Ach genau, das war das bei RH. Genau. Oh, jetzt hat Moonshaut und dann ist hier vorbei. Oder auch nicht Hero, tut sich schwer. Jetzt wollte er sogar greifen und wollte er endlich mal eine Aktion auf dem Tisch zeigen, oder wie? Wollen beide nicht gerade. Ah, D-One, was hast du noch im Tank? Auf jeden Fall baut er erst mal einen Tisch auf. Das könnte jetzt natürlich auch so, so ein Belly-to-Belly kann es auch noch beenden, weißt du? Das darfst du nicht vergessen. Jeder normale Move, natürlich. Genau. Und die Ringtreppe schon mal wieder aus dem Nisch. Und ein Konter und dann... Und dann kommt der Schlag mit dem Tisch. Baba hat es mittlerweile rausgeschafft. Auch Hero hat eingesteckt. Das könnte die Chance sein für Baba, äh, für D-One. Genau, sowas muss D-One nutzen, aber brutaler Big Boot. Die beiden spielen jetzt auch ein bisschen mit D-One. Ja, definitiv. Der Titel ist so gut wie verteidigt. Und... Oh, warte, 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 warte! Alter! Schnell D-One jetzt da hochkommt. Nee! So, greift dich. Was macht D-One? Zu spät! Zu spät! Double-X! Oh! Oh, nee! Was? Auf Replay. Seht ihr das? Nee, nee, nee. Ist vorher abgegangen, oder? Oder ist Claudio jetzt eliminiert? Nein, der Tisch ist ja nicht gebrochen. Der Tisch ist gebrochen. Während dem Double-X-Sandle-Blow. Ja, nee, ja, aber während. Aber ich glaube, das war eher das Bein von D-One. Und der andere, gegen den Claudio geflogen, ist das halt leider nicht gebrochen. Und jetzt wieder ans Beinmacher von Claudio. Alter, das war die Chance. Das hätte hier nochmal so ultraspannt werden können. Oh, ja. Jetzt hier Cobra-Klatsch von Claudio. Mit Russian-Leg-Sweep hinterher. Ja, komm, jetzt könnt ihr aber Finish machen. Also der D-One... D-One hat feierab. Kontert aber nochmal Hero aus und zeigt... Oh, oh, oh. ...ein Front-Suplex. Er hat sich dann nochmal ein bisschen gedreht und er wäre mit den Beinen durchgekracht. Das hätte er auch gezählt. Jetzt vielleicht Claudio in die Ring-Ecke oder wieder auf den Tisch. Das ist hier gerade übelst am Start. Wenn er hier und jetzt nicht aufhalten kann. Oh, oh. Oh mein Gott. Nein. Kann er schaffen? Nein. Claudio ist nicht kaputt genug. Aber pass auf, das wird trotzdem nochmal gefährdet. Nein, okay. Hero nimmt lieber clevererweise den Tisch weg. Weil so hätte er durchfliegen können. Äh, Diving-Shoulder-Block. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also die machen es echt spannender, als es sein muss. Jedenfalls. Side-Head-Lock-Takedown jetzt hier von D-One. Aber es sind natürlich auch alles keine Moves, die hier zum Erfolg führen werden. Nee, und... Man muss echt sagen, Claudio hat halt einfach das Glück, dass er noch schnell genug ist. Weil ansonsten würde das auch... Oh, der Neutralizer! Ja, das könnte es gewesen sein für D-One. Das könnte es gewesen sein. Die Fans sind außer Rand und Band. Nochmal Belly-to-Belly. Jetzt wird er einfach nur durch den Ring geworfen, wie ein Stück Toast. Was kommt jetzt? Noch nur ein Schlag nochmal von Hero. Und die Kings of Wrestling haben jetzt auch Spaß daran. Mit... Und... Rolling-Neck-Breaker hinterher. Ja, wahrscheinlich haben die jetzt wirklich Spaß dran, den D-One ein für allemal zu vernichten. Jetzt nochmal Belly-to-Belly. Sie nähern sich dem Tisch. Vor allen Dingen kann sich, solange sich einer um D-One kümmert, der andere immer noch ausruhen. Selbst wenn es D-One schaffen sollte, sich noch einen zu eliminieren. Das sieht richtig bitter aus. Jetzt kriegt D-One richtig auf den Sack. Wenn er jetzt nicht ein Ultra-Konter setzen kann. Dann dürftest du das gesehen. Jetzt Whip-In von Claudio. Das wird es wohl gewesen sein. Jo! Spier und dann ist es vorbei. Die Kings of Wrestling. Spier und vorbei. Titel verteidigt. Die Kings of Wrestling. Wow! Also für alle, die geschrien haben am Anfang des Matches, we want Tables. Ich glaube, so viele gibt es nie wieder. Wow! Wir haben leider keinen Tables-Counter gemacht. Ja, nee. Also es waren aber bestimmt 12, 13 Stück oder so. Also echt faszinierend. Und dann nochmal das Ende der Nutrilizer von Claudio. Hat dann noch das Ende eingeleitet. Und nach diesem Back-Suplex. Und Spier dann. Von Claudio hinterher. Hier sieht man es, das Ende. Ja, da konnte er einfach nicht mehr ausweichen. Claudio konnte schon fast kaum noch rennen. Und dann ist das die Verteidigung. Mann! In einem 25 Minuten Krimi. Zwischen den Kings of Wrestling und den Dudley Boys. Wahnsinn. Gutes Match. Sehr guter Co-Man-Event. Absolut. Und da sieht man noch bei ECW, bleiben sie das Team bei RH verfeindet. Sie feiern ihren Titel, ihre Titelverteidigung. Wir lagen richtig mit dem Tipp. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Dudleys das so dagegen halten können. Tolles Match. Ja, obwohl es am Anfang danach aussah, als könnten die Dudleys das Match definitiv gewinnen. Richtig, ja. Als sie eine gute Phase hatten. Aber der Frankensteiner war die Wende. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Das Co-Man-Event von Game Over. Und keine Sorge, das nächste Video kommt nicht erst am 1. November. Aber nein, dieses Wochenende machen wir tatsächlich den Main Event noch fertig. Vielen Dank, Tim. Ich hoffe, dein Einstieg hat dir gefallen hier. Ich hatte auf jeden Fall Spaß bei der Sache, ja. Und ihr könnt natürlich auch gerne schreiben, was ihr von Tim haltet. Ob ihr ihn gerne auch schon jetzt fürs nächste Projekt dabei haben möchtet oder so. Und wir sehen uns hoffentlich schon morgen oder spätestens übermorgen zu dem Main Event wieder. Haut rein. Tschüss.